Harzwechsel. Sollte das TDS-Meter mehr als 20 ppm anzeigen, ist die Patrone erschöpft. Jetzt schließen wir die Hähne und sehen, dass das System drucklos wird. Öffnen die Hähne. Nehmen wir oben die Schläuche ab. Lösen die Schäden der Tams. Und lösen die Strap in den Tank. Die Flasche entnehmen. Unscrew die Oberfläche. Vorsichtig. Entnehmen die Lanze. Be careful and take out the middle pole. So. Und jetzt kann das Harz aus der Flasche in den Tank kippt werden. Das ganze Harz läuft auch mit in den Tank. Nachdem das ganze Harz aus der Flasche entleert wurde, ist es sinnvoll die Flasche mit Wasser zu spülen, um das ganze Harz rauszubekommen. Jetzt, dass die Flasche aus der Flasche entleert wurde, werden wir eine Hose benutzen, die in den Tank kippen und den Rest rauszubekommen, damit es komplett clean ist. Harzbefüllung. Hierzu nehmen Sie sich von Unger unsere 25 Liter Säcke Mischbetharz für das Di 400 und das Di 800. Jetzt werden wir den Resin verändern. Wenn du das machst, kannst du deinen Unger 25 Liter Säcke Mischbetharzen bekommen. Und für den Di 800 kannst du nur zwei Säcke verwenden. Nehmen Sie den Unger Trichter oder einen anderen handelsüblichen Trichter und püren Sie das Harz hier ein. Wenn der 25 Liter Sack in die Flasche gefüllt wurde, ist die Lanze wieder einzusetzen und hierzu kann man sich den Wasserschlauch zur Hilfe nehmen. Nachdem du die 25 Liter Säcke Mischbetharzt hast, steckst du den Pool zurück in die Mitte und steckst das Wasser mit dem Hose an den Topf. Und als das Wasser durchgeht, steckst du es runter, damit es an den Topf geht. Wasser ausschalten. Zusehen, dass das Gewinde sauber ist. Make sure that the thread on the inside of the tank is completely clean. Kopf auf die Lanze setzen. Und aufschrauben. Put the cap on top of the pole and screw the cap back on top. Handfest reicht. Closing it tight with your hand works. Jetzt können wir die Flasche wieder auf die Karre setzen. Zwei Pfeile auf dem Kopf zeigen die Richtung, wie die Schläuche angeschlossen ist. Pfeil hier. Eingangsseite. Pfeil raus. Ausgangsseite. So now you're going to set the tank back on your system. On the top of the cap you can see two arrows that let you know which direction. The arrow on this side is pointing in that direction. That's your input. And the arrow on the other side is pointing in that direction. That would be your output. But... As letztes, mit den Schellen das Gerät wieder auf dem Tank befestigen. Make sure your hose are screwed tight back on. And the last step is to put the straps across the tank and tighten them with your butterfly. After the tank is firmly on your system, you can tighten the cap a little bit more to make sure that it's sealed and straight. the next step is going to lift you. The rod is still on the other side. And the first position that the river is will be flowing into the rhythm which is going to the end of the day and it begins to go. After the entrance and the project and the path of the water, you can take the entrance to the roof of the trail.